Der Tod kommt nicht zufällig, sondern bestimmungsgemäß. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Diese Bestimmung wartet nicht immer auf hohes Alter. Die Grenze zur Ewigkeit liegt nicht vor uns, sondern läuft parallel zum Leben. Sie kann zu jeder Zeit von jedem überschritten werden, jung oder alt. Sie ist nur einen Schritt weit entfernt. Aber die Tür der Errettung ist auch nur einen Schritt entfernt. Jesus ist die Tür und heute ist der Tag der Errettung. So gehe diesen Schritt zu Christus und rufe seinen Namen an. Du wirst gerade jetzt gerettet werden. Gott liebt dich und steht jetzt mit offenen Armen vor dir. Bestell doch eine Gratis-DVD auf www.wdlm.at oder unter 0660 30 030 35, um mehr zu erfahren.